Ja, hallo und herzlich willkommen auf Stinktier.de online.de. Ich bin jetzt gerade lebenswunder, das heißt, kein Zufall, dass ich bei Stinktier.de bin. Nee, wir haben ja schon mal zusammen was gemacht. Ja, genau. Und hier ist der Beweis für alles Nick hier nochmal das Bild. Ja, und deshalb bist du heute unser Gewinnspiel-Parte, möchte ich dich mal nennen. Dankeschön. Was kann man heute gewinnen? Unser schönes Bild von Jack. Und natürlich transigniert jetzt von dir. Ja, im Auftrag von Jack natürlich auch, weil der ja nicht schreiben kann. Genau. Der kann auch nur stinken. Das auch nicht mehr. Der ist ja gut dazu. Und jetzt hier sogar, wo du schreiben kannst. Genau. Mein Name? Oder soll ich Jack schreiben? Nö, einfach nur. Der sieht ja jeder an, dass ich das bin. So, so sieht das Ganze aus. Mein Otto sozusagen, nur überlas Dietrich jetzt hier. Auf diesem schönen Bild. Diesen wunderschönen Bild von Jack. Zum Glück. Das ist das schönste Bild, was ich je von einem Stinktier gesehen habe. Und das riecht auch gar nicht. Man kann es sich aufhängen. Genau. Du bist momentan unterwegs mit deinem Buch? Ja, genau. Ich habe hier mein Buch. Schlecht Englisch kann ich gut. Und es ist nur zu empfehlen für alle Leute, denen es genauso geht. Und du bist noch auf Tour jetzt? Ja, genau. Ich bin jetzt auf Lesereise. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Und man trifft immer wieder nette, interessante Menschen. Dankeschön. Also es lohnt sich das Buch zu kaufen und eventuell zur Lesung zu kommen? Genau. Allerdings. Und dann sehen wir uns auch mal persönlich. Genau. Gut. Dankeschön. Dankeschön.